Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Herr Gäste, sehr geehrte Herr Gäste, sehr geehrte Herr Akkulte. Ich möchte Sie recht herzlich zu diesem westlich abgedachter Akkulte begrüßen. Als Bezirksbürgermeister dieses Stadtbezirks war es mir selbstverständlich meine Pflicht, dass ich sehr gerne nachkommen bin, heute zu Ihnen allen einige Worte und für alle 80. Glückwunsch des Stadtbezirks zu übermitteln. Zunächst einmal möchte ich den türkisch-islamischen Gemeinden Vorbereitung ganz herzlich gratulieren zu Ihren neuen Gemeinden. Ich denke, dass das neue Gemeindehaus, wie ihr desiglich dazu beintragen kann, sich sehr kennenzulernen, neue Worte und die Ehren und Nachbarn helfen zu können. Ich wünsche den türkisch-islamischen Gemeinden Vorbereitung für die nächsten Jahre alles erdenklich Gute, weiter in viel Erfolg und die höchste Gemeinsicht zum Wohle der Gemeinden, des Stadtbezirks und der Bürgerinnen und Bürger alles Gute. Ich habe ja schon den Stichwort KVB, damit ich das nicht vergessen, ich nehme das sehr gerne auf. Ich werde auch in der nächsten Woche Gespräche führen, ich weiß allerdings nicht, mit welchem Erfolg, aber dies werde ich gerne tun und fordere Sie auf, wenn Sie Probleme haben. Ihre Bezirksentwicklung sind immer für Sie da, für Gespräche und auch für Handregungen. Sie müssen alle, wenn Sie mit Kontakt kommen müssen. Wir kommen auch gerne, dass Sie Ihre Bezirksentwicklung auf einladen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.